ja ja klar war genau so weit genug weg hier guck ist dort nur leicht ran die haben soll stellen könnte doch nicht warten das ist das ist das mich los ist das ist das ist das ist das system weil mir schon kaputt ist der wagen da drüben wackelt schon wie verrückt hin und her jetzt steht doch mal auf junge ich bin glas getreten ich habe schon unterwegs habe ich nur die tür aufgemacht aber ich weiß nicht ob du jetzt reinkommst ich habe mich schon bewegt dann halt ein ruhiger ja ist gerade schlecht hier ist gerade so eine nervensäge ich habe wieder einen mitgelaufen du hast einen laufen nach links ja ja wie soll ich da jetzt reinkommen wir haben doch mal langsam zu fahren so und wir könnten das gibt es oder was ich hinter der wand ist da kannst du rein wahrscheinlich mit schmack ist kommt sicher dass wir rein müssen ich werde ich hänge dann die ganze folge ich habe seit mann ich gehe mal rein warte das problem ist wie willst du jetzt da reinkommen wenn das ding weg ist ich probiere es nochmal ein ich bin bereit ich bin bereit was ich lasse mich los ich bewege ihn ganz langsam ja ich habe hier weißt du er hält mich fest du hältst mich doch die ganze zeit fest ich glaube besser geht es alter Ich bin die Nervensegel, ich muss alles machen, ich muss überall stören, nein, nein, nein. Warte mal, ich mach's mal fix. Rolle rein, Rolle geh rein. Was? Du wolltest doch da rein. Ich halt noch runter, guck mal. Ja, von der Seite komm ich doch ruhig ran, Mensch. Na doch, wenn der Dennis jetzt noch ein Stück nach rechts fährt, kann sie über die Matten gehen. Es geht doch. Danke. Boah, aua. Fall auf den Kopf. Ich muss ja weh tun, ey. Dennis! Irgendwie ist das nicht so. Ja? Boah, das soll ich bloß lassen? Dann ist deine Chance los. Papier kommt runter. Ich komme. Aua. Halt doch mal runter, Mensch. Wer soll denn da reinspringen, ey? Ja, 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 ja. Los, du bist los. Sei ein Ninja, mein Freund, sei ein Ninja. Ja. Ähm. Top. Schön. Ja, war auch. Ja. Warte, Rolle. Warte. Jetzt, bin drin. Warte, ich fähr auch mit rein. Nee, nee. Wer soll denn dann das Ding bewegen? Wer will denn nur wieder Schweinskram drin machen? Wissen wir doch. Ich leg mich mal hin. Du siehst aber ganz gechillt aus. Ja, oder? Du, ähm. Nicht ganz so. Ich habe so ein Problem mit mich hinzusetzen. Ähm. Bewegt der uns schon? Ähm. Warum bin ich in deinem Schritt? Das weiß ich nicht, was du hier machst, Alter. Was machst denn du eigentlich, oder? Das will ich mir hier angucken. Ey, Matze. Was machst denn du? Ich bewege euch jetzt, so. Es ist ein bewegendes Abenteuer. Bei der bewegenden Aktion bin ich wieder nicht dabei. Ist ja wieder typisch. Typisch. Stream Team. Komm rein. Das ist gefährlich. Ich will sehen, was der da macht. Das sehe ich auch nicht. Ich sehe ja überhaupt nichts. Ich meine, die andere Richtung hat sich. Ich meine, durch das Fenster da durch, was da ist. Also der Durchblätter mit sich. Was machst denn du da? Oh. Genau in dem Augenblick zieht er weg. Aua. Ich hätte es durch geschafft. Heute ist was Schönes drin. Da bist du noch nicht drin. Ich weiß es nicht. Bild vom Matze. Ah. Ah. Ich schieb dich. Nein. Ich geh hoch. Los. Los. Los, Jungs. Ich helfe euch los. Ich kann nicht. Ja, jetzt. Jetzt. Warte. Hier, ich bringe ein Kissen nicht, dass du runterfällst. Dass dir weh tust. Oh, der war gut. Hier. Du hast ein Kissen, falls du runterfällst. Kann mich aber nicht rum. Ich habe meine Arme zu tief. Ich fange mal das Ding weg. Warte, warte, warte. Ja, bitte. Ich helfe denen es hoch. Warte. 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 Hier drin liegt überall Klaas, das kann ich schon mal sagen. Okay, warte. Eigentlich muss ich mit einer Hand loslassen, um dann irgendwie höher umzugreifen zu können. Aber ich weiß nicht, dass es geht. Warte mal kurz. Warte mal. Warte mal. Ich versuche mal an dir mich irgendwie hochzuziehen. Hat meine Ausbildung gut geklappt. Du hast dich immer an anderen hochgezogen. Außer an dir. Tja. Houston. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Matsche tut es gut. Das sollten das werden. Matsche geht es dir gut? Matsche geht es dir gut? Matsche geht es dir gut? Matsche. Ich fahre das Ding noch mal ein Stück weg, damit wir ein Snake Level drücken. Warte mal. Warte mal Dennis. Ich habe eine Idee. Das werden. Kannst du doch meinen Arsch kriechen oder was? Wie immer. Warte. Kannst du höher greifen jetzt? Ne, gell. Ähm. 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 Hilfe. 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 Komm Mann, das wird ein einsteinendes Erlebnis hier. ja da war ich schon ich kann man das kissen staubt aber wenn es los oder oder warte mal rolle warte mal du bist die idee ich bin die idee wenn es das geht wenn du dich jetzt auf die glasscheibe stößt ne rutsch weg ich hol mal das ding wieder her denn jetzt kannst du dich an mir hochziehen da wird ja nichts drin sein oder doch da ist auf jeden fall eine treppe und so also das muss gemacht werden das ist lustig ich geh jetzt hier rum ist eine tür aber das können wir tun aber das können wir tun ach hab ich nicht so mal so oder muss ich noch kannst du dich an mir hochziehen denn es ich glaube nicht ich würde probieren in das gäbe noch mal reinzukommen dass ihr euch dann dann festhalten dass die wird runter zieht einfach dann dass ich dann probiert von dort rein zu hüpfen einfach warte mal ich will auch rein hat er nicht gesagt er geht rein wir sollen es unterziehen nicht die matte rein nicht die matte rein wir naa toll ich wusste ich konnte ja nichts weiter machen weil die kissen ja da sind und hier wieder so ein ein gemisches einer flücht los 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 ich geh halt noch mal da geh ich halt hier in dem weg um miche lang müssen wass Bun jetzt jetzt ziehmos runter hier komm rein dann ist na, was soll ich jetzt, jetzt hat er auch die matte rumgeworfen es ist halt Quatsch ja komm guck doch mal selber sieht auch gut aus du bist ninja stell dich nie zu an rein mit dir na komm ähm oder halt dich eigentlich gerade fest bei mir, oder was Komm, ich helfe dir Ich helfe wahrscheinlich eher dir Ich helfe eher dir, wahrscheinlich Ich bin drin Super Machst du, probier jetzt mal das Ding Beweg mal das Ding einfach jetzt Vielleicht kann ich ja durch den Schwung hier reinkommen Also durchs Fensterteil kommen Warte, ich gehe hin Ich beeil mich Alles gut, ich beeil mich, ich renne, Leute Wenn man so rennt, wie immer rennt Oh oh Aber Rolle können sie jetzt schaffen Weil, weil ich, genau, ich ziehe es ja etwas runter Vielleicht kann ja Rolle so Du musst auch mal aufhören zu wackeln Ja, wow Du musst aufhören zu wackeln Jawoll Ja, Mann Falsche Richtung, Errungenschaft Falsche Richtung Das ist ja der offizielle Weg ist nach rechts So Zeigt dir auch der Pfeil an Das ist richtig Und hier ist nix drin Warum gibt es auch in der Treppe und so Da ist ein Feuerbecher drin Ein Feuerbecher Ja, ein Feuerbecher Genau, ein Feuer Zeig mal wieder ein Feuerbecher, Matze Na, Mensch, denn das Feuerkorb Bin ich ja ehrlich Aber für Riesen ist ein Feuerkorb halt ein Feuerbecher Was soll ich denn sagen Und das macht mich aus Warte, ich probiere mal Soll ich wieder zurück zu kommen Hier ist noch eine Leiter Ich habe hier so eine ganz interessante Limonade Auch in so einer Dose Aber da ist so Alufilum drum gewickelt gewesen Sekunde Limited Edition Ich habe jetzt mal den Weg freigemacht Wartet ihr noch auf mich? Jo Weil ich bin gerade hier oben, Jungs Als ihr mich seht Was? Ja? Da oben Loil, seh'n Hallo Und hier oben geht es noch weiter Das geht noch weiter hier oben Heil dir Rolle Heil dir Rolle Heil dir Rolle Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dadurch Level cheate Weiß ich nicht Wäre möglich Der offizielle Weg wäre hier recht Ja Matze, komm mit Ja, ich bin der Mann, Jungs I'm on the way Ich will Bagger vorn Geh weg Warte hier Warte hier auf Rolle Ich will Bagger vorn Da lass ich nicht mit mir reden Komm da mal mit Ich zeig dir mal Oh, das ist schön Hilfe, ich will ja nicht tanzen Der hält mich aber am Kopf fest Nee Nee, Rolle Nee Ist nicht Kramplätze müssen verdichtet sein Ob das jetzt der Sinn ist? Wahrscheinlich nicht Bestimmt in die andere Richtung, oder? Aua, 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 aua Bestimmt in die andere Richtung Ich will auch eher denken in die andere Richtung Aber ich kann nicht, weil ich festgehalten werde Ja, weil ich Bagger vorn wollte Das ist aber kein Bagger, das ist eine Abrissbirne Bewegt's mal, ich halb mich an den Ding fest Du bist eine Birne, Alter Ich kann mich nicht bewegen Dann geh doch rein Kleinkind Komm, halt dich auch fest Bist du irre, da ist Matz am Steuer Ja gut, okay, aber was soll schon passieren? Ja Hast du Matz das Autofahrungsgüste gesehen? Ich hab schon mal Matz ein Auto gefahren sehen, das ist nicht so gut Tschüss I came in like a wrecking ball Oh ja, du musst in die Wand da, das zieht wir doch gleich Guck mal, da kam die eigentlich Oh Geh weiter Guck mal nach oben Aufmerzschwung Wie hoch geht's hier? Ähm, ein paar Etagen So wichtig ist es hier Noven Und jetzt, was machst du denn da oben? Kann ich runtergucken Welche Wand müssten wir kaputt machen? Was ist das? Er hat er, er hat es schon gemacht Ja Komm, weiter, weiter, weiter Au Weiter geht's durch Ähm Ist er Was soll ich denn sagen? Irgendwas knockt mich aus Ah Ähm, Freunde Hilfe Ich hänge am Abgrund Sieht gerade aus wie König der Löwen bei mir Ich stehe auf jeden Fall Wir müssen die Kiste von da nach da bringen Hallo Hilfe Nee, nicht Hilfe Ska, Bruder Na toll Rolle Bitte Bruder Hilf mir Nimm meinen fetten Kopf Aua Ah Ganz langsam Ein Finger nach dem anderen lösen Huuuuhu 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 Dennis, nicht schon allein weiter aus spielen Warte auf Hund Ich weiß nicht, was ihr macht Der Betzig schafft es wieder mal nicht hoch Hab dich Toll Huuuuhu 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 Ja, musst du schon, sonst wäre die Brücke nicht runtergekommen. Wir sind da rein, macht Grupp. Klar ist klar. Hui. Huuu. Hau mal. Warte, machst du mal drauf. Oha, und jetzt? Steckst du es nicht in der Tür. Au. Jungs, warte, das Level kenne ich, das weiß ich noch, wie es geht. Dennis, halt so. Warte. Ich probiere es mal so, oder? Mach du erst mal die Tür zu, hm? Nein, lass die offen. Loslassen. Wisse. Wolle, ich kann das. Wusste auch, das Level kenne ich noch. Von einem anderen Let's Player. Wuhu. 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 weißt du was du tust ja gut mache gerade kletterpark jetzt machst du den übung und hoch und runter und hoch und runter hab mal gehört yoga soll gut tun da kommt auch das ding na um versteckten sich denn es eigentlich nein das machst du nicht rolle das lässt du nein der muss auch mal sterben nein muss er nicht er ist unser einziger freund denkt dran das glaubst du wenn du den kaputt hast du hast gerade hinter dir eine fernbedingung runtergefallen oder? ja ja warum nimmt er nicht den arm nach oben hin? ach so jetzt eine weitere wand die nicht die ich nicht aufhält was? ach so nicht wirklich felsenfest allerdings wow meinst du du starker typ du wow nimm mich stone cold nein ganz komm wir warten auf denn ist das nicht fair wenn weiter zu machen er ruft den schubst du nicht runter mario nicht komm nimm seine hand ok nein das ist nicht meine hand du hast dich am stein fest alter feige Typ komm lass los lass los oh ne der ist blöd das ist auch blöd nicht dass dir nur die Hose runterrutscht rolle wie fest ist der Daumen da drin stirb das ist aber nicht nett dennis wie lange brauchst du guck dir die beiden Turtel-Täubchen an lass uns dein Kreis bilden nö ihr geht doch so schön als Turtel-Täubchen ach du bist auch herruf was dennis ist schon da das auch nur nix ist das so beruf du kackt den jago geh wack du bist der Hahnenkampf hier gerade na was ist denn jetzt los Jungs beruf oh ich weiß was das ist das Zugruglück von 74 oh tarts weh sag ich doch Zugruglück von 74 na klar wieder kaputt gemacht rück so was haben wir hier schönes warte achso du bist da hoch jetzt hast du gedacht keine ahnung aerobik nicht zufällig mit erotik aber aua irgendwie schaukel gegen den Kopf geknallt ähm Jungs könnt ihr vielleicht was passen also ich bräuchte dir mal kurz helfende Hände ok ja wir sind gerade kaum beschäftigt tut mir leid uuuh es ist immer kein spaß was machst du was passiert hier Suizid ich hab keine Ahnung was passiert ahaha ganz ungünstig aufwurrung gelandet ganz ungünstig aufwurrung gelandet ich will noch nicht was da muss die kiste hin die da drüben liegt da drüben liegt eine kiste an dem wrecking ball ok warte achja ich hole die kiste nachdem ich aufgestanden bin als erstes um elf wegen sie auf anderen schließen ist er der läuft entspannt derzeit also musst du bestimmte auf die Brücke drauf oder ich weiß es nicht wenn wir die Brücke irgendwie wenn wir die kugel runter schweigen kann man die Brücke bestimmt hoch ziehen ne möglich aber ich krieg das aus meiner position grad nicht mehr hin aaaaaaah und jetzt jaaa noch ein stückchen die Brücke ist die kugel ins unten ja ne jaaa weiter runter geht nicht ich halt hier sogar noch fest also weiter runter geht nicht schweiß her komm her warte 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 lass mich doch mal los junge bist du stress alter komm her komm her komm her gib Bohrmaschinen alter gib Bohrmaschinen gib Bohrmaschinen Aua Aua voll auf dem Kopf ich chill hier erstmal ne Runde Dennis kommst du mit rüber Wieden du musst wahrscheinlich sterben oder? was los lass dich fallen einfach loslassen ok in mainstreams kann man halt einfach mal loslassen Aua ja und jetzt? äh wo bist du? ja jetzt seit einem neuen Checkpoint toll na mal runter springen wo hat's das durchgelaufen wird? Aua Hi Dennis Hi geht's dir gut? komm hoch dann freundlich gerne warte rolle warte jetzt war ein bisschen niedrig da muss die Kiste drauf ne? bestimmt ne Kiste ne? da oben wo? über dir ach so dann muss das Ding wieder hier zurück warte 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 da muss die Kiste drauf unterwegs ich warte hier ich nehme die Kiste in Empfang wir fragen als ob das von da überhaupt geht da hier ist die Kiste ja ich hab gesehen Jungs hier zu mir komm noch ein Stück ich schweiß euch ein das müssen wir eh ok achso ey man muss das Ding ziehen los zu mir noch ein Stück noch ein Stück noch ein Stück zu spät noch ein Stück noch ein Stück hau doch mal ab hier ja hier ist ein Gabelstaubler die Platte wahrscheinlich auf den Gabelstaubler ne? so äh äh Gable Stabler ich krieg das nicht mehr runter das Ding ey jetzt nicht doch jetzt oh alter Kletterei Errungenschaft freigestalten nicht zu schwer oder was? das ist ja eine Frechheit das ist ja wohl eine Frechheit schön und kann man Matze helfen? der ist nicht mehr zu helfen glaube ich das weiß ich wo muss der Balken hin? ich glaub hier raus aber nicht da rein oder? Hauptsache weg irgendwie damit das hier frei schwingt denke ich mal ach das Trapez hält das dran hoch was machst denn du? ich schieb dich hoch komm hau mich hoch reicht das? nee für was sollte das reichen? ähm wieso? warte ich glaub ich hab ne Idee kriegst du diesen Balken weg Rolle? ja der hängt da irgendwie fest ich weiß nicht wieso zieh den mal zu dir kannst du den zu ziehen ach nee ich probier den hier rauszuwickeln guck mal versuch mal hier rüber zu springen ob das geht alles klar ich bin Trapez Künstler komm alle drei zusammen nicht halt mir das ist auf Rolle okay und jetzt nach vorne wenn sie Mazzat losgelassen und zurück nach vorne aber wie geht die Tür auf? wir müssen los springen wahrscheinlich aber nicht einzeln springen boah warte mal auf uns mensch Solo Künstler ja ey die Tür geht doch dann niemals auf wann willst du? nächstes? nächstes Mal? ja nächstes aber die Tür geht zur Seite auf Leute die Tür geht zur Seite auf äh Jungs meine Idee wie wärs denn wenn wir uns mal den Balken nehmen und hier mit dem Balken unten was kaputt machen ja unten das Glas muss kaputt machen ja unten das Glas muss kaputt machen unter uns direkt da ist nämlich noch ein Hebel drunter der macht die Tür auf wahrscheinlich jaja da müsst ihr mich nochmal hoch lassen damit ich den Balken holen kann oder Mazzat fällt von weit oben reicht das nicht eben von oben runter zu fallen aber hier beim Rolligen ist eh von am schwersten schon das wird vom Gewicht her ausreichen also ich soll einfach runter springen? einfach auf das Glas springen vielleicht springen vielleicht reicht es ja schon ich bin doch vorn hoch aufs Glas gesprungen wiii ja wiii oh Scheißklar dass muss ihr weggehen wiii wiii Was soll denn da werden? wuii при frau am BZ you de ambushes drauf ein Maazer du musst sie daran halten du musst dir mitnehmen sprich der vorhanden wonein Ich bin mit drin. Jawoll. Ich bin jetzt mal wieder raus hier. Wir müssen auf Rolle warten, gell. Vor allem, wir nehmen gerade so viel Platz, wo wir denn jetzt ranhängen. Rolle, an uns. Oh ja, an uns muss er uns hängen, jawoll. Nein, nicht aus der Grube. Lass doch mal los. Lass mein Bein los. Lass doch mal los. Er hat uns den Schwung weggenommen, ey. Warte, 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 warte. Ja, hol doch nicht schon wieder Schwung, lass mich doch erstmal rankommen. Sprich uns an den Arsch. Ja, hatte ich ja eben. Sprich doch von vorne. Wenn wir dir entgegenspringen, spring doch auf uns drauf. Hab ich auch gemacht, ich hab's auch geschafft. Auf der anderen Seite stehen, also nicht mit uns springen, sondern vor uns. Da muss er auch Rolle nach hinten springen, beim Loslassen dann. Das ist doch Bockwarsch. Wir ziehen den mit. Ich hätte ihn fast mitgenommen mit dem Fuß, ey. Hey! Ja, so ist nix. Ihr habt gesagt, ich soll mich an euch dranhängen. Ja, aber von vorne. Von der anderen, von da, wo du jetzt bist, von der Seite. Ja. Lass uns das Schwung nehmen. Ja, holt wieder Schwung die Sinn. Ne, nix. Ah, dann kann ich an mir festhalten. Ja, dann kann ich doch nix, Mensch. Dann holt doch nicht dein Schwung, wartet doch erstmal. Mal. Aua. Dann hat Dennis seinen Sack gestriffen. Ah! Gegen den Kopf gedreht, ey. Und Dennis? Hängen wir ne Runde ab, wa? Jo. Na geht doch. Ähm. Okay. Bitte alle, am besten alle gleichzeitig. Wotzer, klären wir mal das Streamteam. Das Streamteam in einem Bild. Rolle hält sich an Matze fest, oder was? Warte. Aua, 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 mein Name. Und dein nächstes Mal, oder? Am nächsten? Jetzt? Jetzt. Huh. Wotzer hat's verkackt. Ich bin nicht gesprungen, ich hab's nicht geschafft. Ich bin nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen.